Den Vagusnerv zu massieren ist eine einfache, schnelle Möglichkeit, um Stress abzubauen, Unruhezustände aufzulösen. Ich zeige dir deshalb in dem Video drei Massagetechniken, die sofort wirken. Wenn du direkt mit den Übungen starten möchtest, gehst du bitte zu dieser Zeitmarke. Damit du aber die Massagetechnik besser verstehst, möchte ich dir am Anfang ganz kurz die Anatomie zum Vagusnerv vorstellen. Wie du hier siehst an der Abbildung, hat der Vagusnerv ganz viele Verzweigungen, ganz viele Äste. Er führt vom Gehirnstamm über unser Herz, über unsere Lunge, Gallenblase bis in die Verdauungsorgane. Und der erste Abzweig geht zu unserer Ohrmuschel weiter in die Ohrhaut. Und damit hat dieser Bereich des Ohrs eine stimulierende Wirkung in Bezug auf Feuchtigkeit, Druck und Berührung. Die Punkte, die ich dir gleich vorstellen möchte, sind wunderbare Akkupunkturpunkte, um in die innere Ruhe, Zufriedenheit, Entspannung einzutauchen. Ja, es wird weitere dieser Vagusnerv-Videos geben. Falls noch nicht getan, abonniere den Kanal, klick auf die Glocke und du bist immer bestens informiert. Ja, der erste Massagepunkt befindet sich oberhalb des Ohrkanals in einer kleinen Höhle. Und diesen Bereich, den kannst du suchen und wirklich ganz sanft mit deinen Fingern massieren. Und wichtig, du drückst nicht richtig in das Gewebe rein, sondern du massierst nur die Ohrhaut. Kreisende Bewegung. Und wirklich, lass dir Zeit, schließ die Augen, spür dich und nimm auch so den Unterschied wahr zwischen vorher und nachher. Das Video ist so aufgebaut, dass ich dir die drei Punkte vorstelle. Dann kannst du gerne das Video nochmal zurückspulen, dir genau die Punkte anschauen und für dich selbstständig zu Hause üben. Der zweite Punkt ist, wie du hier siehst, die Rückwand vom Ohrkanal. Und da kannst du auch mit deinem Finger sanft reingehen und über leichten Druck, kreisende Bewegung die Ohrhaut massieren. Lass dir Zeit und wirklich spür dich ganz ohne Gewalt ein sanftes, liebevolles Berühren deiner Ohren, um damit den Vagusnerv zu stimulieren. Und der schickt direkt diesen Entspannungsimpuls weiter hoch zu deinem Gehirn. Und damit kannst du Stress abbauen, innere Ruhe finden. Du machst das natürlich mit beiden Ohren. Du kannst es auch gleichzeitig machen. Probier dich da einfach aus. Du bist ganz frei. Und immer, wenn du so einen liebevollen Zugang zu dir findest, wird dein Körper sofort davon profitieren. Ja, der dritte Massagepunkt liegt direkt hinter dem Ohr. Und auch hier kannst du die Haut so ganz leicht nach unten ziehen. Wiederhole das für dich, so oft du magst. Du kannst auch die Haut nach oben schieben. Du bist hier ganz frei, weg vom Ohr, hin zum Ohr. Einfach durch die Berührung der Haut hinter dem Ohr deinen Vagusnerv zu massieren, um damit eine Rückkopplung, einen Entspannungsimpuls zu deinem Gehirn zu schicken. Ja, das sind die drei Punkte. Und noch nicht abschalten, jetzt gibt es noch einen wichtigen Tipp für dich. Wenn du das für dich zu Hause übst, würde ich dir empfehlen, du spürst mal die Ohren, du massierst die Ohren, testest die Ohren, wie fühlen die sich vor der Massage an. Dann machst du diese Massagetechnik, diese drei Punkte, und du spürst die Ohren hinterher. Und du wirst feststellen, dass hier viel mehr Entspannung, Weichheit entstanden ist. Und vielleicht fühlt es sich auch ein bisschen, ja, lockerer an. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Schreib mir gerne mal in den Kommentar, wie dir das gefallen hat. Wichtig, falls noch nicht getan, abonniere den Kanal hier. Ein weiteres Vagusnerv-Video, ein wichtiges Video, findest du hier. Und hier gibt es eine entspannte Yoga-Sequenz, die dir auch hilft, Ruhe, Entspannung zu finden. Empfehle das Video gern weiter. Wir sehen uns wieder auf der Mathe.